Buddhismus in der westlichen Welt Frühe Rezeption des Buddhismus Nach einer bereits mit der China-Mission des Jesuitenordens im 17. Jahrhundert einsetzenden Rezeption des Buddhismus im Westen, die allerdings zunächst eher von Projektionen und Missverständnissen geprägt war, kam es im 19. Jahrhundert zu einem intensiveren Austausch, wobei Arthur Schopenhauer, der in den Lehren des Buddhismus eine Bestätigung seiner eigenen Anschauungen sah, als wegbereiter wirkte. Gegen dessen pessimistische Sicht wandten sich bald vor allem jene, die Zugang zu den Originalquellen hatten, aber auch eine neue Generation von Buddhismus-Anhängern, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts international zu organisieren begann. Von solchen Organisationen ist zunächst die von Helena P. Blavatsky und Henry Steele Olcott im Jahre 1875 in New York gegründete Theosophische Gesellschaft, Theosophical Society, zu nennen, die sich bald auch in Deutschland und in Österreich etablierte. Die Gründer dieser Bewegung sahen im ursprünglichen Buddhismus die Quelle aller Religionen, eine Überzeugung, die in jener Zeit weite Verbreitung fand. Während diese Vertreter sich weitgehend auf tibetische und chinesische, zum Teil auch auf pseudobuddhistische Texte stützten, wurde in der Folgezeit der sogenannten südlichen Überlieferung und deren Palitexten größere Aufmerksamkeit zuteil. Hierzu trug die 1881 von Thomas William Rice Davids in London gegründete Palitext Society bei, dann aber auch das epochemachende Werk Hermann Oldenbergs »Buddha – Sein Leben, Seine Lehre, Seine Gemeinde«. Den Beginn einer buddhistischen Bewegung in Deutschland markierte er von Friedrich Zimmermann unter dem Namen Subhadra Bikshu im Jahre 1888 publizierte »Buddhistische Katechismus«, der auf Paliquellen basierte und in mehrere europäische und asiatische Sprachen übersetzt wurde. Zahlreiche Werke, von denen hier nur die Übersetzung der Reden Buddhas von Karl Eugen Neumann genannt sei, sowie neue Gesellschaften erweiterten die buddhistischen Aktivitäten in einzelnen europäischen Ländern, aber auch international. Literarisch fand der Buddhismus vielfältige Aufnahme. Das bekannteste Beispiel ist wohl Hermann Hesse und sein Werk »Siddhartha, eine indische Dichtung« von 1922, zu der Vorstudien mehr als 15 Jahre zurückreichen. Ein nennenswertes Interesse für Spielarten des Mahayana und des Vajrayana-Buddhismus erwachte seit den 50er Jahren in Westdeutschland. Angestoßen durch den als Ernst-Lothar Hoffmann in Sachsen geborenen Lama Anagarika Govinda und seinen im November 1952 im indischen Sanchi gegründeten Orden Arya Maitreya Mandala. Eine besondere Rolle spielte der tibetische Buddhismus, dem sich etwa auch der erwähnte Lama Govinda nach ursprünglichen Studien der hinayanistischen Tradition bereits 1931 zugewandt hatte. Aus dieser Erfahrung im Studium des Mahayana und des Vajrayana-Buddhismus hatte er 1956 sein Hauptwerk »Die Grundlagen der tibetischen Mystik« verfasst, das zu einem Bestseller wurde. Dem Verlangen vieler Europäer nach spiritueller Weisheit entsprechend entstanden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele neue Schulungszentren, darunter manche in landschaftlich besonders reizvoller Umgebung wie der Karmapa-Tempel der Karmakagyü-Schule in der Auvergne im Herzen Frankreichs oder unweit Hamburgs in der Lüneburger Heide. Diese Karmakagyü-Schule kennt eine über 800-jährige Tradition der Inkarnationen des Karmapa, der spirituellen Autorität dieser Schule. Der gegenwärtige Karmapa ist der 17. Karmapa Trinleitaye Dorje. Im Jahre 2004 unterhielt diese Schule 642 Zentren und Klöster in 51 Ländern. Buddhismus in den USA und Europa heute Wenn der Eisenvogel fliegt, erreicht die Lehre Buddhas den Westen, soll Padmasambhava, der Tantriker aus dem 8. Jahrhundert, prophezeit haben und hat anscheinend Recht behalten. Seit den 1970er Jahren haben alternative Bewegungen, Wertewandel, vermehrte Kulturkontakte und Globalisierung dem Buddhismus in Europa und den USA einen fruchtbaren Boden bereitet. Missionierung hat dabei kaum eine Rolle gespielt. Ein wichtiger Aspekt war die Verfolgung des Buddhismus in Tibet und die daraus resultierende Vertreibung und Flucht hoher Lamas und ihrer Anhänger. Besonders in der Schweiz, wo es eine große tibetische Exilgemeinde gibt, aber auch in Frankreich und Großbritannien sind lamaistische Klöster entstanden. Durch die Berühmtheit und das Engagement des Dalai Lama genießt besonders der tibetische Buddhismus immer größere Popularität in Europa und den USA. Der Buddhismus im Westen besitzt offenbar das Potenzial, den kulturspezifischen Erscheinungen der westlichen Industrienationen produktiv zu begegnen und bietet für viele eine Alternative zum Christentum. Im Vordergrund seiner Anziehungskraft steht eine religiöse Praxis, die eben nicht auf Frömmigkeit und Glauben setzt, sondern auf die Möglichkeit einer Verbesserung von Lebensqualität durch bewusste Veränderung. Eigenverantwortlichkeit und der Einfluss, den der Mensch auf sein Karma nehmen kann, indem er die Ursachen für eine geglücktere Daseinsweise selbst schafft, kennzeichnen den westlichen Buddhismus, der seinerseits Wechselwirkungen auf die eingewanderten Varianten ausübt. Interessant ist in diesem Zusammenhang die allerdings eher politisch als religiös zu verstehende Ankündigung des Dalai Lama, er werde nach seinem Tod nicht mehr im besetzten Tibet oder einem anderen Gebiet unter chinesischer Herrschaft wiedergeboren, sondern in einem freien Land. In der Geschichte des Buddhismus ist all dies nichts Neues. Seit 2500 Jahren entstehen verschiedenste, den Gegebenheiten der jeweiligen Länder angepasste Spielarten und Schulrichtungen. Alle jedoch gehen ausnahmslos auf den Mann aus Indien zurück. Siddhartha Gautama, der zum Buddha wurde. Als das Abendland die Lehre des Buddha entdeckte, entstand recht schnell die These, der Buddhismus würde in den Westen expediert, aufhören, Buddhismus zu sein. Die Entwicklung, die der Buddhismus in Deutschland nahm, gibt dem nicht recht. Ein kurzer Blick in die Geschichte soll dies belegen. Waren um die Jahrhundertwende noch Künstler und Wissenschaftler die Träger der neuen Lehre, die sich in ersten Sammlungsbewegungen artikulierte, buddhistische Gesellschaft in Deutschland, deutsche Pali-Gesellschaft, fanden nach dem Ersten Weltkrieg die interessanten Themen wie Wiedergeburt und Nirwana auch Anklang bei den Intellektuellen. Erste Spaltungen traten auf, als der Bund für buddhistisches Leben sich in Altbuddhisten und Neubuddhisten teilte. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die 1958 gegründete Deutsche Buddhistische Union bis heute 27 Gemeinschaften als Mitglieder verbuchen. Das Randdasein der neuen Jünger veränderte sich schlagartig, als in den 60er und 70er Jahren Mönche aus Sri Lanka und Japan nach Deutschland kamen, um in Vorträgen, Seminaren und Studienzirkeln den Buddhismus als alternative Lebenslehre anzubieten. Vor allem Yoga, Meditationen und Kurse in Zen boomten. Als letzte Welle gelangte noch der tibetanische Buddhismus in den verschiedensten Schulen zu uns. Neben der bekannten Gelugpa-Richtung des Dalai Lama noch die den meisten unbekannten Richtungen von Kagiapa, Sakiapa, Nyingmapa und Rime. Weitere Gründungen in Gruppen und Arbeitskreisen, vor allem durch den Zuzug asiatischer Flüchtlinge und Geschäftsleute, bieten zwar ein verwirrendes Bild, dürfen aber nicht verwechselt werden mit den indischen Heilsbringern, bei denen kommerzielle Gründe im Vordergrund stehen. indo by broth3rmax Vielen Dank.